hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge rocket league rocket league ja wir sind ja wie versprochen hier erstmal in der garage und gucken uns mal die flitzer an ob wir dann vielleicht nicht etwas neues haben wollen aber ich mag den eigentlich hier sehr gerne den road park ja ist nicht schlecht ich habe jetzt auch schon weitere fünf leute fünf fahrzeuge ausprobiert weitere fünf leute naja sitzt auch mal wieder drin so an sich sind die kleinheit ein bisschen effektiver wenn es ein bisschen umwendigkeit geht der große derzeit wirklich überall dabei also wenn du zweikampf hast gewinnst du meistens aber die kleinen sportflitzer die habe das gefühl ich dass die kleinen sportflitzer schneller losfahren als die großen dinge warum auch immer na ja vielleicht weil sie kleiner sind mir wurde gesagt dass das keine kein unterschied haben soll okay das ist ja dann komisch aber wie gesagt ich finde halt den proper den du hast sehr gut ich hab'n selber aha das ist ja auch cool man kann ja hier auch noch umständen zwischen hochglanz und so oder hätte ich gern das ne genau und dann später kannst du noch was kannst du noch was wählen matt metallik und seidenmatt ok bin schon gespannt aber man sieht's gut ich würde mir gerne auch ein paar andere räder verpassen weil ich das rot irgendwie nicht mehr so passend finde ich finde die ganz cool so pinker rauch ist ja ganz nett aber ich glaube ich gehe mal auf lila genau auto lila so und ich hätte gern diesen hexen gut der ist auch lila was für ein wunder ich finde der steht mir voll gut ja und viel mehr habe ich ja hier noch nicht deswegen würde ich jetzt mal bei dem stern bleiben ja den lassen wir mal so mehr haben auch noch nicht gar nicht freigeschalten ist immer noch bitte auf extras wollen wir mal gucken wie deine quote so ist gehen auf statistik ok so du hast jetzt 15 spiel gemacht davon hast du drei vorlagen eine rettung und acht tore du hast wirklich acht tore in 15 spiel noch mal anscheinend das ist eine sehr gute quote zwar eine 0,5 ich kann mich zwar nicht mehr an diese tore erinnern aber anscheinend aber trotzdem ist schon mal gar nicht so verkehrt ja gut du hast den heiligen schein ich den hexen gut ist ja auch mal wir leuchten wir leuchten wir leuchten leuchten nachts nachts so wie möchtest du wie möchtest du selbst weiter angehen lassen ich würde gern das nächste spiel dann spielen wir das nächste spiel wollen wir ein duell oder ein trio spiel oder hast du ein mir ist es völlig egal was wir spielen dann machen wir meinen doppel dann wird es mal richtig lustig wenn wir beide wir beiden anfänger sozusagen wir drehen uns im kreis ich finde unsere karren richtig heiß wow du hast ja meine blau gold und deine lila komplett lila na eigentlich das ist auch eher so ein blau also so ein blau ins lila gehende blau das ist aber eher etwas wie lila nein das ist blau farbdifferenzen jetzt bin ich pink oh mein gott gib gas gib gas gib gas gib gas gib gas oh gib kein gas ich hätte vielleicht stehen bleiben sollen hey guck mal doppelt funktioniert super wie ich in der letzten folge schon sagte aber sie hat träumchen wie gesagt du darfst auch dann mal kreis suchen wie kreis kreis heißt du hast den turbo boost ja das ist mir klar aber warum soll ich das drücken aber anfangen immer damit du schnell an den ball kommst aber das ist mein turbo boost weg ist doch egal du kannst doch die ganze zeit sammeln genau weil der weil er nämlich ganz schnell vor das tor kommt du darfst mich aber nicht abschießen ich habe dich doch gar nicht abgeschossen mal doch nicht immer den teufel an die wand nein mach ich nicht der ist weg der ist weg ja voila ich habe einen befreiungsschlag hingelegt ich habe den nach vorne gehauen und jetzt kommst du jetzt kommt jetzt schießt du ein tor ich sehe es nein ich bin zu weit aber auf mein mittelfeld passt so noch das spiel nicht vorbei hier ich eile nein fuck fuck der ist weg 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 nein oh mein gott ich komme nicht von der decke wofür kriege ich den ball jawollah und weiter geht's komm bleibt da bleibt da Richtung mitte karten ist so ganz funktioniert wie gewünscht schaff mal noch ich habe kein turbo mehr so abgeblockt und jetzt fahr mal Richtung tor jawoll ich raste aus du hast du das leute tor im sechzehntem spiel sag ich doch es geht schnell ich freu mir ein loch im po denn ich freu mich so ich habe ein tor und jetzt gehst du vor tor gehst du vor tor gehst du vor tor hab einen ball gemacht und keiner da so ist die statistik also zustande gekommen mit hilfe des gegners aber du hast ihn trotzdem reingemacht nach den schwung dazu gegeben auch wenn du ein bisschen an der wand gefahren bist aber das perfekt reingemacht wurden jubi dobi dobi ich gebe gas er gibt kaka laka und kaka laka ich hätte nun her gestempelt ich fahr die decke hoch scheiße ist egal den kriegen ja da ist er und wieder weiter nach vorne verdammt ich drehe mich im kreis jetzt habe ich kein boost mehr ich habe keine genau treib den ball nach vorne treib den ball nach vorne oh nein ich glaube den habe ich die tipp die tipp ah 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 ich komme nicht wieder ich bin zu früh gesprungen weiter gehts ja rückläufer rückwärtsgang nein scheiße nein ich habe zu früh Gas gegeben verdammt nicht gut nein dein nicht gut ich habe ihn kommen sehen ja zu früh Gas gegeben oh oh ich bin hinten ich fahre rum 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 Dirk 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 und Chaka Boom Chaka locker genau und immer nach vorne mit oh geil das ist eine gute Vorlage dann mach ihn rein oh den hat er noch richtig weggekriegt ah nein ich bin vorbeigesprungen den kriegen wir nein den kriegen wir nicht ich gebe Boosty aber Boosty schafft nicht länger oh nein ah wo bleiben eigentlich deine Tore ich bin eher der Vorlage Mensch toll stimmt das bringt jetzt momentan in dieser Situation nicht besonders viel nein nein denn du darfst Vollspeed sofort speedy und den Ball ablocken spring hoch wooh ups das war nicht so gesprungen wie ich meinte ah ah und weiter gehts ah zu früh oh ich habe keinen Boosty Boosty hol dir die Pelle ich habe keinen Boosty ist doch egal dann hol dir den Boosty ach nicht geschafft den haben wir den haben wir nicht geschafft nein ich war zu spät weil ich einen Boosty habe jetzt kriegen wir bist du vom Tor ich drehe meine Runde ach zu spät nein 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 ich habe Boosty jetzt ist zu spät mit deinem Boosty aber da ist der Boosty da kommt es wieder ah wo ist der Ball hinter dir oh nein den haben wir ah nein ah verdammt ah ich bin vorbeigesprungen verdammt verdammt komm den kriegen wir noch den müssen wir kriegen ich bin vorne oh nein ich bin vorbei upser oh ich habe jemanden zerstört upser ah nein upser nein da könnte ich springen können wie ich will ach verdammte ach verdammte scheiße wo willst du denn eigentlich langsamer du machst deinen kleinen Rampensprung oder was ja ich habe es irgendwie nicht geschafft dahin zu kommen scheiße ey naja noch ist nicht vorbei voll speed sprungi ups du darfst nicht immer so früh hoch springen aber ich mag springen ja aber du musst springen wenn der Ball da ist ich würde so gerne fliegen ich würde so gerne fliegen oh der hatte ich putt gemacht dafür komme ich jetzt volle Attacke von hinten mach ihn rein oh nein geh da mal auf den Boden oh jetzt habe ich keinen Boost mehr ey oh nein ich habe schon die ganze Zeit Boost gehabt oh nein noch eine Minute oh komm da mal wieder auf den Boden zertatsachen zurück hier oh ich kriege keinen Boost komm schon komm oh jetzt ist er wieder genau in andere Richtung aber er ist Gott sei Dank nicht drin ja komm oh ich bin voll vorbeigesprungen oh du hast ihn gerade genau weggenommen und riecht denn sein Herz oh oh ich hatte das gerade voll gut im Visier oh nein oh Mano wir brauchen noch einen dritten ja zu zweit sind wir echt scheiße irgendwie läuft das nicht so aus naja was soll's wir machen trotzdem Spaß auch wenn Spaß machen genau dann komm du mal an mit deinem Heiligenschein ich muss ja deine Einstellung teilen oh ich hätte einfach mal stehen bleiben sollen ne warum machst du es denn nicht oh wow ich dreh mich immer noch oh nein nur noch 10 Sekunden und oh oh komm schon Baller komm schon Baller oh Mann den hätte ich jetzt noch reingemacht ja blau hat leider noch wow was haben wir da Warframe Excalibur wow ähm jetzt machen wir wieder ein Trio ok wir machen wieder ein Trio ich glaube mit Duo wird das wirklich nichts werden Duo wird nichts werden yo 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 du wird nichts werden yo yo ich hoffe dass er sich jetzt wieder ein Duo ausspuckt hier war ich habe jetzt beide eingetragen oh oh ich kann es leider nicht ganz genau sehen verdammt oh oh und Ben wir nehmen wie es kommt wir nehmen wie es kommt denn es kommt gleich prompt wir nehmen wie es kommt wir sind zu dritt ja wir brauchen Sprit wir fahren jetzt mal los denn wir sind grandios zu dritt unschlagbar zu zweit nicht tragbar was bitte was hast du gesagt oh falsche Richtung das ist die richtige Richtung nein das ist auch die falsche Richtung Bali nein Bali nein Bali nein Bali nein naaa wir sind immer noch schlecht so schlecht Tada ich hätte früher spielen sollen scheiße bisschen früher eine Sekunde früher wow wir geben voll Gas bumm wir müssen jetzt mal langsam ein Spielchen bringen wir müssen ein Spiel gewinnen nein komm schon hol dir die Pille ja schön sehr schön gemacht eh komm schon mach ihn rein Jabba was wie heißt der danke das warst du dass du dich immer so geschubst fühlst ja woher kommt das wohl verstehe ich einfach nicht ich verstehe es auch nicht dafür rette ich die Bälle boah das war mein Befreiungsschlag äh ich hab dich äh äh das war meiner ich hab aber die Punkte gekriegt verstehe ich aber auch gar nicht ich hab dich der Rennen angeschossen minimum wow weil ich so schön bin so schlau bin so schrank und rank ramm 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 ich hab einen Stern auf meinem Auto was rollt ihr alle ich hab einen Stern vom Himmel geholt richtig ja und ich einen Heiligenschein ok das ist schon cool ich hab irgendwen weggekickt das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein was spiel ich denn jetzt so schlecht hier wooo wir haben ein Tor gemacht wir haben ein Tor gemacht wir haben ein Tor gemacht ich bin ein unaufhaltsames Brummbrumm ja du hast mich auch schon wieder ja weil ihr alle im Weg standet ich war ein unaufhaltsames Brummbrumm genau du hast eine überschallgeschwindigkeit ne ja ich kam von hinten ja in missforderliches Zielgeschwindigkeit oh nein ich wollte voll reinlaufen komm schon Baller wir machen das voll klar pack die Pille in die Mitte pack die Pille in die Mitte Mayday Mayday wir brauchen eine Planke ich geb Vollgas an den Ball vorbei und da ist der Tor da ist das Tor da ist das Tor wow Zaloro hat ein Tor gemacht da 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 ich bin der King da 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 so jetzt muss man nur noch gewinnen dann lohnt sich der Aufwand hier auch wenn wir gewinnen wir beide gib Vollgas wir geben Vollgas ok er hat sich bestimmt gehört ja voilà da blieb der Ball stehen ahhhh und ich hab kein Tor wo mehr schön oh mein Gott weg damit immer weg damit oh ich komm nicht auf die Beine tadadadada oh der warst mal in der Mitte weil oh tschuldigung danke das ist wie mit blinden Autofahrern die gucken einfach nicht auf die Straße oh so jetzt aber rein mit der Pille ah Bala wo willst du hin verdammt komm schon komm schon wir dürfen kein drittes kassieren wir dürfen kein drittes kassieren nein wir haben aber ein drittes Kassieren was passiert jetzt was passiert jetzt jetzt werden wir sauer wir werden sauer aha wir bilden eine Mauer aha brumm 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 ich hab den Ball nach vorne gepeitscht und jetzt in die Mitte einer muss von euch in die Mitte ich bin in der Mitte ich bin zu weit ich bin in der Mitte ich bin in der Mitte ich bin in der Mitte nein brumm 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 komm einer in der Mitte komm er macht ihn in der Mitte nein ich bin vorbei steht auch hinten einer am Tor die ganze Zeit drinnen bei denen ich weiß ne deswegen meine ich ja auch mal einer am Tor hinten das ist die absolute Sicherheit aber das Schlimme ist ich wäre im Tor absolut scheiße da könnte ich auch gleich woanders stehen ja aber trotzdem trotzdem kannst du ja mal eine Kurzschlussreaktion haben und sagen okay ich halte den Ball was? ich glaube das ist ja unwahrscheinlich findest du? ja Tor 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 komm schon oh der Ball war auf der Linie wir haben noch eine Minute oh nein ich bin vorbeigefahren nein nein oh das ist so traurig es ist nicht mehr traurig es ist furchtbar ich weiß ich bin fröhlich ich freue mich das zu spielen Wami na nein 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 komm komm und jetzt aber weg oh nein jetzt aber kam schon Baller nein du wirst du nicht oh jetzt hat mich ja schon wieder einer weggeballert ich hab auch einen weggeballert Mendo ich find das scheiße die sollen mich nicht immer wegballern schreib doch nen Beat ja ich glaube ich werde mir überhaupt die Kaste raus holen was kann der denn für die Spieler alter na ich find's blöd hast ja dieses äh es gibt keinen Foul weißt du wow na endlich so 21 Sekunden haben wir noch achso die haben jetzt oh ich dachte die ganze Zeit wir hätten nur ein Tor rückstand wirklich leider nein ok da haben wir ja entscheidend auch noch was aufzuholen so 21 Sekunden verbleiben noch wir kriegen da hin wir kriegen da hin wir kriegen da hin wir kriegen da hin immer motiviert bleiben nicht aufgeben oh ich hab keine Rückschluss mehr jawoll drück den Ball einfach nur nach vorne einfach nur nach vorne da ist oh verdammt das war so knapp der wär voll drin gewesen der wär voll drin gewesen und da machen die noch eins in der letzten Sekunde ey das ist doch nicht normal ich glaub ich hab das sogar gemacht echt jetzt? müssen wir mal beobachten so ne schöne Scheiße ne oh man irgendwie lustig ja gewinner blau aber wir haben malhin wieder äh hier diese wow jetzt haben wir neue Räder ja aber hoffentlich kommen wir bei der nächsten Folge nicht auch wieder unter die Räder ja weil diese Folge lief ja nicht ganz so optimal irgendwie nicht so richtig nein ja irgendwie sind wir voll die Loser aber es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß deswegen hoffen wir das find ich nicht schön dass du mich als Loser bezeichnest ich bezeichne mich selbst ja auch als Loser das find ich auch nicht schön ach meine Preise so jedenfalls hoffen wir wir hatten viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen die kommt dann hier nächsten Mittwoch und ja das macht's gut macht's besser und da werden wir dann auch siegen versprochen äh verspreche nichts was du nicht halten kannst bis danni und ciao bis danni bis danni bis danni Untertitelung des ZDF, 2020